What?! Und wenn ihr schon immer mal sehen wolltet, wie denn Soda Let's Go aussieht, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Da mache ich das Ganze nämlich auch mit Facecam. In meinen Videos habe ich das ja bisher nicht gemacht. Und ja, unter diesem Link findet ihr mich unter Twitch. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Die Qualität, muss ich sagen, ist allerdings nicht die beste. Liegt an meiner Leitung, 16 Mbit, 1 Mbit Upload. Aber es ist definitiv anschaubar. Aber es gibt natürlich deutliche bessere Qualitäten. Geht leider nicht mehr bei mir, wie gesagt, aufgrund der Leitung. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ja, feste Twitch-Zeiten an sich habe ich nicht. Also, wenn ich Zeit und Lust habe, dann mache ich das. Und genau, freue mich auf euch und wir sehen uns. Bis dann!